Willkommen meine Damen und Herren zu Rate den Song mit Nigmund Spann. Dankeschön, Dankeschön. Kommen wir nun zu dem Gewinner der letzten Folge von Rate den Song. Wie jeder weiß kommt der Gewinner der letzten Folge an die Hall of Fame und der Verlierer an die Hall of Shame. Der dieswöchige Verlierer und somit derjenige, der am weitesten entfernt von der richtigen Antwort lag, ist Schulti. Herzlichen Glückwunsch, Schulti. Du lagst sehr, sehr falsch. Dieses Lied gibt es nämlich gar nicht. Der dieswöchige Gewinner und somit der allererste, der den Song richtig erraten hat, ist Blork HD. Herzlichen Glückwunsch, Blork. Kommen wir aber nun zu dem dieswöchigen Song. Daniel, bitte auf die Bühne. Reden wir nicht lange um die heiße Böhne herum. Daniel, fang an. 2. 3. 4. Travelling in the giant dream. The radiation probe is good. In the computer family. And it's a dream you bring to life. Oh, 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 Oh. Jetzt ist nur noch die Frage, welchen Song Daniel für uns gesungen hat. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es in die Kommentare. Der, der am nächsten dran liegt, bzw. der, der als allererstes diesen Song errät, kommt natürlich an die Hall of Fame. Der, der am allerweitesten davon entfernt ist, an die Hall of Shame.